Schöner bist hier. Schöner bist. Ganz schwieriges Angeln heute. Wir haben Nordwind 3. Der ist jetzt abgeflaut, aber die Dünung steht noch und jetzt sind die Fische vor Ort. Wir haben eben zwar schöne Bisse gehabt, aber hätten wir leider nicht umsetzen können. Aber ich denke, da geht noch. Oh, Hamme. Was für ein Fisch. Ich habe ihn kurz gemerkt, er hat eine gute Brunner ausgeschnitten. Wahnsinn. Oh, nochmal ein Hammebiss. Was ist denn das? Shit. Diese Scheißloch. Da geht nichts. Da muss einfach was. Das war wie eine Meervogel. Das ist ja Meervogelig. Wenn ich nicht wüsste, dass die Märchen hier vorne stecken, dann sind wir verrückt. Das ist eine Meervogelig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ein schöner Fisch. Es ist so ein Mann, der Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.